Mit welchem Thema kommen Sie heute hierhin? Also die größte Sorge ist, wenn die Geburt nachts losgeht, dass wir nicht wissen wollen mit den Kindern. Wie alt sind Ihre drei Kinder? Neun, sieben und fast fünf. Wenn ein Kind geboren wird, findet eine Veränderung statt. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist eine Schwangerschaftsberatung total wichtig. Früher gab es Großfamilien und da hat man sich gegenseitig unterstützt. Heute gibt es das wirklich kaum noch. Also hier beim SKF war ich ja schon mit den vorherigen Schwangerschaften. Also die Beratung ist echt super. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen der Prämienziehung für das Megalos. Auch heute werden wieder viele Mitspielerinnen und Mitspieler für ihre Unterstützung des guten Zwecks mit einem Gewinn belohnt. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 756 428. Und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 2856 652. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du bist ein Gewinn. Du bist ein Gewinn. Du bist ein Gewinn. Du bist ein Gewinn.